Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Wind of Luck Arena! Begrüßen an Bord darf ich Rewano! Servus! Hey, grüß euch! Ja, und man merkt, wie das... Die hast du ja bekämpfen, er will kämpfen! Ja, sicher! Ich bin auch schon ready! Ich hab eh kein Geld! Ich will nämlich endlich meine 400 Ruhm haben, oder für eine 15, dann hol ich mir ein neues Schiff, liebe Leute! Weil ich meine, es ist ein tolles Schiff, so keine Frage, aber diese nach vorne, Kanone und nach hinten... Jetzt möchte ich mal wieder an der Seite ein bisschen Schaden verursachen! Wäre mir ganz schlecht! Ich verteile mir gerade schnell meine Punkte, die ich bekommen habe! Genau, und dann legen wir los! Sagst du Bescheid? Jawohl, das dauert nicht lange! Das geht ratzfatz! So, Herrenjagd! Sehr schön! Bewaffnung! Karronade! Verbesserung der... Ach, Karronade ist immer gut! Ich brauche... Feuerkraft! So, gut! Ähm, das war's sogar schon mit den Skillpunkten sehe ich gerade! Alles andere passt soweit! Klicken wir auf Schlacht, oder? Sagst du? Ähm, ich würd sagen, klicken wir auf Schlacht, ne? 3, 2, 1, go! Jawohl! Jawohl, genau! Trinke ich mal noch einen Schluck, ja? Liebe Leute, wisst ihr ja, ich brauche auch rum! Mit einer Budel rum in die Schlacht! Oh yes! Gib mir eine Flasche Budel rum! Und dann geht's ab hier in der Bude! Hehehehe! Hehehehe! Ja, ohne Zielwasser geht nix, ne? Eben! Ganz klar! So, drück mal die Daumen, dass wir jetzt endlich mal im Team sind! Weil sonst krieg ich wieder so'n scheiß Katapult ab und dann war's das! Hehehehe! Sorry, es tut mir echt leid, dass ich dich so schnell ausradiert hab, aber... Ah, das hat halt grad nicht vieler gejuckt, das! Mhm! Das ist halt schon coole Sache mit den Katapulten! Die Gatlin, muss ich sagen, die gefällt mir jetzt nicht so besonders, weil man zu nah ran muss! Aber naja, gut! Axtekengold! So, wir sind mal wieder nicht im Team, war ja klar! Hehehehe! Weil wir zu gut sind! Der Level 8, weißt du? Der ist wieder hier Level 8 schon, ihr merkt's schon! Er steigt ohne Ende! Aber mit diesem Schiff ist es auch sehr schwer, Punkte zu holen, finde ich! Ich weiß ja nicht, kann ja sagen, dass einer hier mit vielleicht noch besser spielt, das ist ja kein Problem, kann ich mir gut vorstellen! Aber ich geb mein Bestes und dann werd ich mir später wieder so'n Seitenballerschiff holen! Da freu ich mich drauf! Na, sovielfalt find ich persönlich angenehmer! Aber diesmal haben wir ne schwache Gruppe, alles so Level 3er und 1er und 2er, das ist schonmal gut! Und nicht wieder, äh... Ja, das andere war ja zu überpowerend! Level 8, Level 45, 47 und sowas, ja kein Wunder, ey! Die machen einen Schuss, dann geht die Kugel freiwillig durch mein Holz und dann sinkt mein Tisch! Okay, ich werd jetzt anders fahren, weil der Wind ist echt scheiße! Ah, wenn der Wind ein bisschen hinter mir kommt, dann geht's mir schon besser! Fat Cat Bleu Me! Aha, hallo! Okay, hier kommt die Black Pearl! Ah, da hinten sind schon die ersten Feinde! Die... Die... Die Bösewichter! Mal schauen, was wir hier so raushauen können! Ne, ist hier noch kein Schiff! Oder? Doch, wer ist da? Da? Die, 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 die... Wo fangt ihr das Schiff? Okay, jetzt muss ich mal grad gucken, bringt's mir überhaupt was, wenn ich da wieder alleine hinrennen? Wahrscheinlich nicht! Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier lang! Oh, ein Schiff und euch direkt schon gesungen, O2 sogar! Oh, da fängt der schon wieder gut an! Ah, ich seh da wen! Das wollen die Leute sehen, ist Rewano! Duell gegen uns Bein! Ja! Die wollen uns... Ach, da bist der! Ja, ja, ich seh schon! ach ja es gibt so viele davon aber ich habe nur zwei kuhleute geklaut das komische manchmal macht übelsten schaden und manchmal senkt er sich so nach dem motto heute nicht aber es ist scheiße weil es ist kein schlachtschiff was ich meine ich habe irgendwie im endeffekt habe ich gar keine chance gegen dich ich kann nur mein bestes tun abbauen das ist das einzige was ich machen kann mit dem wind kann ich davon segeln aus mich verwischt ganz bitter ja das muss ich mal gucken 100 schaden habe jetzt noch gerade gekriegt warum einfach so spaß das ist ja wahnsinn aber schnell wirst du musst das ist wohl wahr das problem ist leider an die säge gas geben hier das problem ist das das problem ist dass keiner von meinen jungs hier ist ich werde jetzt hier die ganze zeit gejagt und verfolgt das kann ich nur versuchen mit heiß mit abzuhauen er kann ich eigentlich gar nicht versuchen das ist richtig und ja das war es eigentlich auch für mich das war leider daneben aber nur ganz 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 wenig naja ganz ganz wenig das schwierige das war nur eine halbe schiffslänge aufhörungsbruch wind das ufer ist so knapp an mir vorbei scheiße ich habe kein bock ging dich zu kämpfen hau ab ich kann nicht ich treffe nämlich nicht mit dem scheiß schiff und er redet mir die ganze hinterher und ja das war schön jetzt den da vorne noch einen abdrücken hier komm 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 du drecksack und der will bestimmt mir eine geben ach scheiße der wind ach komm legt mir doch der hat mich getroffen also das mit dem wind geht mir am meisten im sack hier ihr merkt es schon es ist echt nicht einfach er muss genau gucken wo das segel sitzt jetzt gebe ich wieder high end gas hier ja jetzt kommen sie jagen mich aber jetzt hat dein kumpel nicht abgeballert ist auch ganz nett wenn man solche tollen freunde hat die einen dann einfach ein drücken das war knapp gut dass ich spiele noch tatsächlich wohl auch das ist ja das ist ja wirklich nahkampf deluxe hier muss ich sagen okay bitte drehen 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 so ich gebe gas jetzt seid ihr weg ne du bist immer noch auf meiner fährte ah gut gut ah das ist scheiße wenn du mich rammst dann kann ich nichts mehr machen hau ab geh weg man 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 der wind der nervt dass der jetzt schon wieder gegen mich ist jetzt muss ich mal gerade ein bisschen drehen ja er schießt und schießt und schießt oder du hältst aber auch gut was aus muss ich sagen schade schade jetzt hängt er erstmal fest gefällt mir mir gefällt aber nicht dass ich keinen wind habe das gefällt mir gar nicht das muss ich mal gucken dass ich mit meinem kadaver körper mich hier ein bisschen drehe es ist ja auch gerade richtig bescheiden aber gut bist eh der letzte du wirst jetzt eh gleich gejagt ja denke ich auch boah was ist das denn oh da ist die kiste im weg das ist nämlich wenn man die ganze zeit nach hinten guckt komm gib gas mein gott ja ich habe gerade den wind wieder auf jeden fall auf gegen meiner seite hier aber da kommen schon die anderen naja wenn ich der alle der letzte bin gegen alle da werde ich wahrscheinlich als scharfschützen bot werde ich da kein spaß haben aber ist krass dass mein team die ganze zeit verliert und ich krieg dann gar keine erfahrung das ist so kacke und er jagt mich hier ja ich glaube das war's ich kann mich nicht mehr bewegen gut komm ich will den einen wenigstens noch einen rein drücken ach scheiße ja ich habe wenigstens ein schiff zerstört ja also wenn jetzt die nächste runde ja ich nicht vorzugsweise dich dass du auch mal hier vorwärts kommst aber das ist so verlocken dass es so verlocken es tut mir leid jungs es ist so gut naja das war schon jetzt aber ich habe ein bisschen mehr bekommen jetzt weil ich dich getroffen habe aber es reicht leider nicht wie viel hast jetzt bekommen 200 300 von den piastra rum habe ich nur 16 bekommen also nicht gerade die welt jetzt muss ich mal gucken dass der katapult auch das kostet auch so viel ne das sparen wir noch lieber liebe leute muss jetzt aber ganz kurz neugierig also ich bräuchte 8150 piastra hätte ich 1450 rum für die stufe 3 alles klar um das frei zu schalten nur um das frei zu schalten öffnen genau das bräuchte ist alles klar gut ich würde sagen wir machen jetzt gar nicht lange rum ja gehen wir direkt wieder auf schlacht oder genau 321 und drückt euch jetzt bitte darum das jetzt klappt das wäre echt so cool immer wieder mit rwano nicht gegen rwano ja das war mal wieder ein paar leute versenken ja und es gibt es doch gar nicht oder man ist halt die frage hier mit der gruppe ob wir nicht mehr in die gruppe bilden können ich habe jetzt eigentlich gehofft weil ich habe mir immer testungsweise von 1 euro 97 50 gold gut um mein kapitänskonto und eine admiralskonto zu ändern leider ist bis jetzt das geld noch nicht angekommen also ich habe bis jetzt noch nicht gutgeschrieben bekommen weil ich habe dann die hoffnung dass ich dann eventuell eine gruppe bilden kann und dich dann auch einladen können weil so kenne ich das in vielen spielen zum beispiel world of tanks ist ja auch so du kannst zwei mit zwei leute gruppe bilden drei leute können nur wenn du auch entsprechende premio account hast sollte ich mir vielleicht auch mal anlegen dann kann ich doch schon was machen bis jetzt müssen das geld ankommen wenn ich das ein übers ohr hauen deswegen erstmal abwarten und schauen ich bleib jetzt mal bei meinen jungs hier auch gleich mal ab hier weil das ist mir gerade ein bisschen zu so viel ich frage mich gerade von meinen ganzen jungs herum dumm bild aber ok ich bin nicht alleine kämpfen ich brauche unbedingt neue schiffe ich muss unbedingt das wird nachher echt mein prioritätsziel es macht schon spaß mit dem keine frage aber es ist einfach und vom weiten hinten drauf ballern dieses ewige zielen und so einfach an der seite vorbei tuckern und einmal volle breit seite zu geben ist einfach gefällt mir einfach noch besser muss ich einfach gestehen oder so ein schiff das an allen seiten kanonen hat das wäre natürlich auch episch sehr schön muss ich aufpassen dass ich nicht mein schiff hier ein rein drückt ja getroffen und dann kriege ich immer nur drei gruppen mitglieder das ist so scheiße ich habe volle ladung abgegeben und dann was du was für munition hast du geladen ich habe immer die gleiche trainiert die normalen kugeln okay normalen schön hübschen kugeln ich habe gerade gesehen wenn man seitens schaden wieder ein rein mit kuh kann man nach links drüber gucken und mit e kann man nach rechts rüber ja wegen schießen stimmt das ist eine gute information für später wenn wir dann auf jeden fall mein seitens schiff ab dann kann man genau mit der maus so schnell drücken wie so ein halbverrückter kann ich dann nochmal so machen naja ich habe auf jeden fall getroffen zwei schuss schon aber dann manchmal nehme ich dann immer nur so wenig ab manchmal nehme ich mehr ab das ist wirklich ein hexenwerk aber hinten noch ein ich hoffe ne drei mitglieder aber der ist tot oh 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 kommt ein captain 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 das war gut ist gerade voller mir vorbei gebretter die runde sieht auf jeden fall schon mal besser aus für uns muss ich einfach mal gestehen das ist auch mal wieder notwendig dass ich gewinne hier ist einfach so und jetzt werde ich jetzt gebe ich gas und jetzt werde ich den einen reindrücken hier ist mir scheißegal was das für einer ist hier aber der kriegt sie jetzt der kriegt sie jetzt der kriegt sie jetzt und doch getroffen getroffen habe ich glaube zwei drei leute habe ich geklaut hier da oben ist er kennt ihr den kennt ihr den kennt ihr den kennt ihr diesen ich hoffe das getroffen 302 oder ne war ich das jetzt oder hat er getroffen ich weiß gar nicht auf jeden fall wollte ich jetzt dass du schaden nimmst ganz viel davon so als muss ich mich mal drehen hier mit mein halb kadaverschiff und leider da hinten vorbei 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 ok drehen wir mal hier so kurz gucken kann ich den einen reindrücken ja klar und lebt leider drüber das ist aber auch schnell schade vorbei na jetzt kommen wir bei uns rückgängig was hier das ist der andere so jetzt schauen wir mal schnell nach hinten liebe leute kann ich irgendeinen versuchen schaden anzuknöpfen ja die sind schon wieder alle weg dann drehen wir einmal mal also diese kleinen schiffe sind verdammt schnelle das ist ja fast gar nicht so kennt ihr den da kennt ihr das schiff da vor mir habt ihr das schon mal gesehen das ist ein kleines schiff darüber müsste man sich mal unterhalten und zwar so daneben wieder hau ab du idiot der rammt mich einfach jeder sack also das war ganz schönes gemetzelte ja zwei stück leben noch von euch schlimm genug so jetzt gemacht ach scheiße das mit den bergen das ist immer kacke wenn man nach vorne hinten woher jetzt kommen hallo oh man gleich versenke ich mich selbst oder hallo ja ich glaube ich habe ein problem mein schiff ist gestrandet hier ich habe mein segel auch zerstört die crew hat sich um gebracht ich habe alles zerstört wenn dann mache ich alles kaputt ist ja wohl logisch oh jetzt haut der ab in dem moment wo ich drauf drückt du dreckiger sack kanonen laden komm ich will denn eine geben hier ah er ist schon tot und weg ist er aber ja glückwunsch er hat ja ein schiff verloren ja ich habe ein paar mal habe ich getroffen also ich bin ja nicht ganz gut ihr habt ja auch in level 21 dabei gehabt allein das schon wieder dieses matchmaking das müsste echt noch überarbeitet werden definitiv das ist einfach nur nicht ausgereift auf jeden fall schade aber schön dass du mal wieder gewonnen hast genau dann kann ich mir endlich mal was kaufen hier vielleicht sogar ein neues schiff liebe leute das wäre natürlich mein gott nur 220 60 rum bekommen es reicht leider noch nicht genau 40 rum fehlt mir noch also eine schlacht aber ich habe eine neue kanone und einen level habe ich bekommen aber ich habe immer noch keinen komischen punkt zum aussuchen das schon kann ich die kanone wechseln nee das geht nicht okay sonst habe ich nichts hier was ich hier reinstecken kann leichte salve und sowas aber das kostet nicht so viel geld das war es leider schon dann aber auf jeden fall weiter guckt bei mir guckt beim revano auf die seite ist auf jeden fall sehr lustig gibt's like kommentare und freue mich auf jeden fall fürs nächste mal wenn es dann wieder heiße wind of luck arena in diesem sinne auf wiedersehen und einen schönen tag noch bis dann tschau